Ja, ist ja nicht schlecht. Das heißt, jetzt müssten nur oben die zwei Forschungen durch sein. Jetzt schmeißen wir zwei neuen Forschungen gleich rein. Dann müssen wir mal gucken, was wir brauchen. Wir brauchen ja das Fahrzeugbay. Oh Gott, die Fahrzeugbay? Der Fahrzeugbay? Die Werkstatt für Fahrzeuge. So, machen wir es so. Das Fahrzeug selber. Und das Ding, was da aufkommt. Hier, sag mal. Die Fahrzeugkabine. So, jetzt haben wir es. Die Fahrerkabine, ja. Gut. Ich merke so langsam, mein Hals drückt und drückt immer mehr. Das gefällt mir gar nicht. Ich will nicht krank werden. Ich will wirklich nicht krank werden. Jetzt absolut nicht. Jetzt so einfach in den Fingern schnipsen und das wäre weg. Das wäre so schön. Einfach mal so ein Medipack aus irgendeinem Spiel und läuft. 2000 noch was Punkte. Hallo, wir haben es definitiv, die Forschung. Wie lange müssen wir jetzt forschen? Warte mal. Ja, 11 Minuten. Und hier sind 400 noch was. Ja, das ist in Ordnung. Wir haben jetzt die nötigen Forschung und abgeschlossen, Kommander. Ja, danke sehr. So, das heißt. Boah, mein Hals. Große Plattform. Wir benötigen Hals. Ich und mein Hals. Oh Gott. Das kann nicht wahr sein, ey. So, dann bau dir mal den bitte. Danke, 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 danke. Produktion im Gange. Bitte, aber leider nicht möglich. So, das haben wir, haben wir, haben wir. Hier ist theoretischerweise auch noch ein USB-Slot. Das heißt, wir könnten die Fahrzeugfarm hier rausdrücken. Wir werden aber, damit wir mit dem Fahrzeug hier auch fahren können, ist ja auch die Sache dann dabei. Warte mal, ich habe hier gerade noch eine Nachricht, sehe ich gerade. Ah ja, okay. Warte mal, dann muss ich mal kurz was bestätigen. Huckis und viel Spaß. Jo, so, okay. Machen wir das erstmal wieder zu. So. Ja. So, so. So. So, 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 so. So, das sollte vom Glättungsfaktor-Menü sein, ja. Das ist soweit in Ordnung. Gut. Das heißt, da haben wir die Plattform. Danke sehr für die Plattform. Die packen wir einfach jetzt erstmal so hin, weil ich jetzt eh nicht weiß, wie er sie mir hier nehmen wird. Machen wir so, danke. So, dann brauche ich eh, die Fahrzeug-Bay. Große Plattform, mittelgroßer Drucker, Schmelzerforschung, Fahrzeugbucht, Aluminium. Zweimal. Jetzt kommt die Sachen mit dem Aluminium. Einmal. Zweimal. Jetzt kommt schon wieder Wind. Das nervt. So, Aluminium. Ja, druck den mal. Hä? So. So, jetzt müssen wir erstmal schnell mehr reinspringen. Boah, Wind kommt. So, okay. Ah, der scheint da hinten lang zu wehnen. Ja, ja. Das ist uns halb so wild. Dann können wir wieder raus. Dann können wir wieder raus. Dann können wir wieder raus. Oh, so langsam wird der hier voll, wa? Ja, voll unübersichtlich. Was ist los? Warum druckst du nie weiter? Achso, wer zu nah dran ist. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Ich habe Verständnis dafür. Ja. Wird gebaut. Bitte warten. Produktion im Gange. Ja. Schubidu. Danke sehr. So, das Ganze kommt hier mal rauf. Hier grützt. Danke sehr. Dann werden wir das Ganze mal be- und nutzen. Für dich benutzt. Gut. Mittelgroßer Roover. Benötigt. Viermal Gemü... Viermal Gemisch. Hat man noch ein bisschen Gemisch über? Ich gieße jetzt gerade nicht. Weiß ich gerade wirklich nicht. Hätten wir noch hier etwas Gemisch über? Wir benötigen auch Gemisch. Das ist... Das ist hart. Was? Ach, das war die Forschung. Ja, 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 ja. Was kann er denn sonst noch machen? Ach so, da muss ich es einstellen. Roover, Roover, Roover. Ist aktuell nur auf Roover. Viermal Gemisch. Ja, so. Eine Grütze. Viermal Gemisch. Boah, wo gucken wir denn da lang? Gucken wir mal in der Richtung auf der Seite. Ob wir da irgendwas mit Gemisch finden. Halt, warte mal. Ich habe eine Idee. Das ist doch Sauerstoff. Genau, pass mal auf. Wir nehmen uns mal richtig Sauerstoff mit. Dann sind wir ein bisschen Sauerstoffunabhängig. So, und das ist viermal Gemisch. Also viermal Energie in dem Fall. Energie, 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 Energie. Energie. Leute, muss doch irgendwo hinpassen. Die Energie hier. Hier an der Seite. Genau. Jetzt haben wir nämlich Sauerstoff ohne Ende. Wir können da ein bisschen rumlaufen, ohne dauernd gleich in Panik so verfallen. Da sehen wir jetzt die ganzen Sauerstoffkanister. Ist doch geil. Ja, läuft. Ach, hier ist der Ball hingeglitscht. Nur bis dahin. Pass mal auf. Dann machen wir doch mal so, dass der Ball hier nicht weiter wegkommt. So, danke sehr. Das ist die ballerische Sicherheit. Das klingt doch schon so schlimm. Ballerische Sicherheit. Was ist das für Wörter? Da sind gar keine Wörter. Der Ball ist sicher. Ja, so kann man sagen. Aber die ballerische Sicherheit. Da unten geht es nur in die Höhle. In der Höhle habe ich jetzt kein Gemisch oder sowas gefunden. Gemisch. Horsi, Gemisch. Da hinten ist unsere Basis. Die sollten wir nicht außer Augen verlieren. Sonst wird es ganz peinlich. Okay, so der erste Kanister ist gerade schon alle. So, hier holen wir uns mal ein bisschen Sauerstoff einfach mal rein, weil wir es können. Danke sehr. Nochmal. Schick. Da wäre auch noch Sauerstoff. Boah, hier müssen wir wieder zurück so weit. Da unten ist nochmal Lateriten. Sehr schön. Da kriegen wir nochmal Materialien, Mann. Also Materialien sind ja nicht verkehrt. Da ist noch unsere Basis. Was ist das da? Oh, da haben wir Zeug. Gut, okay. Aber was ist das da? Oh Gott. Da ist da bestimmt eine Forschung unter oder sowas tatsächlich. So. Forschung. Sehr schön. Sieht aus wie ein riesengroßer Apfel. Ein komischer, aber so ein bisschen schon. Oh, da hinten ist unsere Basis. Ja, wir müssen gleich zurück. So, was haben wir denn da? Das ist hart. Das ist kein Gemisch. Das ist blöd. Okay. Aber da ist Gemisch. Okay. Gemisch. So, viermal brauchen wir es. Eins. Zwei. Drei. Ja. Vier. Sehr schön. Dann kriegen wir noch einen fünften vielleicht hin. So als Reserve. Also Reserve. Äh, sieht nicht so aus. Okay. Wir müssen langsam zurück. Der Sauerstoff wird knapp. Das ist ungefähr diese Richtung. Ich hoffe es zumindest. Mir wird es nicht mal angezeigt. Wir sind doch verdammt weit weg. Da ist das Gebirge. Da kann man sich immer noch ganz orientieren dran. Ähm. Ja. Oder? Verdammte Schampe. Sauerstoff. Haben wir irgendwann noch Sauerstoff am liegen? Da ist dieses komische Nadel-Ding. Das ist ein anderes. Mist. Wo ist jetzt unser, 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 unser? Der müsste doch hier irgendwo in der Nähe sein. Nein. Sag mal. Ich habe mich jetzt wieder so knallhart verirrt. Ja. Hier lang geht nicht. Verdammte Hacke. Da ist Sauerstoff. Wir müssen runter. Wollen oder nicht. Oh Gott. Rundte Hacke. Warum? Nein. Hier ist auch nochmal Sauerstoff. Hier ist auch nochmal Sauerstoff. Ah. Sauerstoff 50%. Mist. Sehr toll. Hier ist noch was Abgestürztes. Unten. Keine Ahnung. Sauerstoff da vorne. Ja. Ja. Verdammte Schongel. Hier ist nochmal Harz. Da ist nochmal Sauerstoff. Ah. Da ist die Heimatbasis. Oh. Leute. Das kann doch nicht wahr sein hier. Wenn spannend, dann exos.de. Oh Gott. Puh. Da ist auch nochmal Sauerstoff. Danke sehr. Oh Mann. Nein. Boah. Alten. Die Löscher sind hier extrem gefährlich. Da muss ich auch mit dem Fahrzeug. Da muss ich auch mit dem Fahrzeug unten heimlich aufpassen. Eieieieiei. 25%. Und ich habe schon so viele Sauerstoffcontainer gehabt. Das ist der Witz an der Geschichte. Ohne den Dingern wäre es ja richtig brutal. Toll. So. Danke. Ja. Jetzt saugt er sich richtig voll. So. Wo haben wir es? Hier ist das. Oh. Hier muss ich... Hier muss ich... Hier muss ich... Hier muss ich... Und hier muss ich drücken. Ja. Boah, alter Falter. Also, das war knappes Höschen, eh? Das war knappes Höschen. Hallo Minus, müssen wir mal gucken, ob wir hier drucken müssen, oder? Fahrzeug, wo ist die Plattform? Warte mal, Exos macht mobil, ja, ich hoffe mal. Okay, hier kann ich den Stuhl nicht drucken, ich denke mal, das wird hier drüber passieren. Schauen wir mal. Ja, Exos macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Ja, Spiele sowieso auf jeden Fall. Ja, den kicken wir mal. Was ich auf jeden Fall bauen kann, wäre nochmal eine kleine Windturbine oder so. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt auf dem Fahrzeug aufkriegen. Schauen wir mal, eine kleine Windturbine. Eine kleine Windturbine, Verbindung, kleine Kanister, Verlängerung, Kupfer, Energiezellen, kleiner Generator, kleine Windturbine, einmal Aluminium, genau. Wir warten erstmal, wenn die Aluminium wegen, ihr wisst schon, sonst muss ich nochmal Ärzten gehen. So, ach, da brauchen wir nochmal Gemü- Machen noch ein Gemisch. Juh, das heißt also einmal... Juh, pass mal auf, wir machen das jetzt ganz schräg. Das heißt, eine Energiezelle, sowas kommt da rauf? Jetzt will er noch nicht, weil er da vorne andocken will. Juh, pass mal auf. Wir brauchen nochmal Gemüsch, das wird ja lustig. Wir brauchen nochmal Gemüsch. Wir brauchen nochmal Gemüsch, Kommando. Oh Gott, ey. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt der neue Gemüsch an? Der Nahbereich ist ja schon fast leer gefarmt, hä? Ja. Gott, jetzt hier so im Dunkeln ist so blöd. Eigentlich müsste ich warten, bis es hell wird. Ich habe keine Lust auf Warten. Oh, hier wird sogar grün. Das ist ja geil. Oh, jetzt schlitter ich hier den ganzen Weg lang. Ah, da vorne könnte was sein. Ah, ist das dahinter? Ne, doch nicht. Oder doch, 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 doch. Oh, Gemüsch. Ah, sehr, sehr schön. Troublemaker zum vierten Mal. Hallöchen, Population und herzlich willkommen hier im Stromschirm bei einer Runde. Es ist René. Ja. Ich bin gleich mobil unterwegs. Das kann sich jetzt nur noch um Ionen handeln, hä? Das, 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 das wird, das wird, das wird. Ja, wer nichts wird, der wird, wird. Und wer nicht wird, wird, der geht zur Polizei. Ganz alter Spruch. Wobei, für die armen Polizisten tut mir das leid. Die haben einen echt unterbezahlten Job. Und das in der heutigen Zeit. Ich möchte nicht Polizist sein. Das ist echt hart. Da ist noch mal Harz. Harz nehme ich jetzt nicht noch mal mit. Wir gucken noch mal kurz, dass wir da noch mal hier mischen haben. Wir haben da noch mal hier mischen. Ein bisschen nehmen wir noch mal mit, dass der Slot voll wird. Danke. Mehr kriegen wir definitiv nicht mit. Jo. Dann jetzt mal da rüber. Ja, da hätten wir noch mal Harz. Ich und mein Harz. Du magst keine Polizei? Wieso denn das? Die Polizei ist durchaus wichtig. Also ich habe schon mal Polizei benötigt. Ich habe Polizei benötigt. Ja, ja, ja. So, hier mischt Nummer Uno, Nummer Duo. Jetzt kann er schon mal drücken. Danke sehr. Und das restliche hier mischt. Da packen wir einfach mal hier mit ruf. In der Hoffnung, dass er einfach mal hier... Na, komm mal hier. Danke. Und jetzt kommt schon Wind wieder. Wääääh. Wir haben... Wir haben...